Okay, ich war jetzt hier gerade am Holzhacken, haben mich die Spinnen genervt und jetzt sehe ich, die sind auch wieder da. Dann kann ich ja gleich mal ein paar von denen mitnehmen, weil die brauche ich ja noch. Das heißt, ich kriege jetzt nur vier zusammen, aber naja. Ach, Mann, nicht gesessen. Autsch. So nicht. So nicht. Autsch. Und das, obwohl ich nur eine Spinnenrüstung anhab? So wenig Schaden? Äh, Spinnen. Ameisenrüstung. Guck ich denn auf Spinnen? Wahrscheinlich, weil ich gerade mit den Spinnen hier gekämpft hatte. Fliegen. Aber keine Moskitos, ne? Tja, was soll's? Da komme ich nicht ran. Hätte ich das mitgenommen. So, kann ich hier in aller Ruhe abholzen mitnehmen. So, weil, wird nämlich jetzt mal mit der, mit dem Wehrgang oben anfangen. Und dafür benutze ich die Dinger hier. Also, da habe ich jetzt zweimal oder dreimal draufgeklopft. Guckt, was da rausgekommen ist. Und das dicke Ding hier geht jetzt kaputt. Und? Naja, es kommt fast so viel raus. Was mein Dingens? Da. Okay. Mhm. Ich kann noch drei mitnehmen. So, dann habe ich mir mal angeguckt, die Fenster sind nicht symmetrisch. Aber wenn ich mir das Bodie im Castle in Natura angucke, sind da auch die Fenster nicht symmetrisch. Ist da mal ein Fenster, ist da mal ein Fenster. Also, nie irgendwie gleich. Also, von daher passt das schon mal. Okay. Ich mache die Dinger mal wieder raus. Das nervt nur. Immer, wenn ich das Spiel starte, sind die wieder an. Und da kann ich halt leider nichts dagegen tun. So, die Türme werden noch zwei höher. Hm, glaube ich mal. Müsste mir das noch mal angucken. Können wir das heute mal machen. Gehen wir mal an die alte Burgen, gucken uns das an. Die Frage ist, äh, bin ich noch da? So. Das können wir ja mal ganz kurz machen. Speichern. Weichern. Okay. Zurück. Laden. Dann. Ne, das ist, wow. Kreativ mit Käfern. Das müsste es, ja. Dort müsste es sein. Äh. Ja, da bin ich in der Burg drin. Irgendwie kommt mir das komisch vor, wie ich hier gebaut habe. Irgendwas passt nicht. Ja, hier habe ich die genau übereinander gesetzt, die Fenster, ne. Und hier. Jetzt mach mal. Mach mal. Ich bin doch nicht im Kreativmus. Ne, bin ich auch gar nicht. Und, hä, was ist das denn? Laden. Nein. Was ist denn? Was ist denn? Was hat der denn geladen? Hm. Einzelspieler, Benutzer definiert. Ne, ne, ne. Da, kreativ mit Käfern. Ist das so schwer? Tja. Tja. Irrendes menschlich. So. Schauen wir mal. Sieht es denn hier aus? Juhu. Oh, viel zu viele Fenster, ne. Das sieht nicht gut aus. Aber drei hoch, das stimmt schon mal. Was habe ich hier hinten gemacht? Ja. Und da hat das auch funktioniert. Hier mit den Seilen durch die Fenster sogar, ne. Das war ein Akt. Und eigentlich müsste die Mauer noch eins höher. Und dann so eine Schräge dran. Aber, nee, dann wird es nicht mehr funktionieren. Okay, gut. Was glaube ich, wir gehen hoch. So, dann habe ich irgendwo noch einen Plan gefunden von der Burg. Die, also die Türme sind, warte, hier. Eins, zwei höher. Okay. Hier kommt noch das Castell hin. Hier hinten ist noch die Kapelle. Na, das hier ist doof. Wenn ich das rund mache, komme ich nicht durch. Und wenn ich es gerade mache, komme ich auch nicht durch. Weil hier dieser Turm steht. Man könnte den Turm natürlich auch eins nach hinten setzen. Geht das? Also eins hier drin. Dann wäre praktisch, äh, da ist das mal. Nur mal so zum testen. So, das noch weg. Das noch weg. Ähm. Warte. Baumenü. Wende. Äh. Heldrunde Wende. Wo sind sie? Ja. Gebogene Wirtzrund. Okay, wenn ich den Turm hier so hinstelle. Also in Wirklichkeit ist der halt viel, viel kleiner. Boah, hier kann man ja nicht kleiner bauen. So. So, dann ist er ja wieder an der richtigen Stelle, oder? Äh. Oder nicht? Warte. Jetzt, dreh dich doch richtig. Standort belegt. Glaubst du ja nicht. Wieso ist der Standort belegt? Komm schon, da war es doch da. Da. So. Okay. Ne, der müsste noch ein bisschen zurück. Hm. Müsst du ein wenig zurück. Er soll hier so anschließen. Also hier anfangen. Probier es besser hier aus. Wie im Let's Play. Weil, ne. So, nochmal. Brauch. Ein Turm. Hallo, Turm. Brauch ein rundes Teil. Also sowas. So. Soll hier anschließen. Genau. Warte, geht das? Geht das hier? Sehr. Genial. So. Ich will ja jetzt hier über. Ein bisschen, ne. Nicht viel, aber ein bisschen. So, kommt man dann hier noch durch. Da kommt man sogar. Und. Ja, eigentlich ist er hier an der Kante, ne. Wo es hier so rüber geht. Also hier soll es ja dann in die Richtung gehen. Ähm. Aber, ne. Das ist ja jetzt ein bisschen doof, ne. Weil das müsste dann so gehen. Da komme ich ja auch nicht vorbei. Was denn für Müll? Gehe ich da durch? Ähm. Ein bisschen. Oh. Ja, komm schon. Hack dich da hin. Okay. Hier komme ich durch. Hier komme ich durch. Hier komme ich durch. Zur Not. Na. Dann wäre das halt so. Kein großer Unterschied. Was ist das denn? Was denn? Hier sind es? Hier sind es. Zwei. Hier ist es noch einer. Äh. Äh. Da ist das ja falsch. Da müsste der da hin. Was natürlich nicht geht, ne. Ärgerlich. Da müsste der da hin. Oder ich mache es so. Aber die Frage ist, komme ich dann da durch? Nö. Natürlich nicht. Hier drunter. Da habe ich eine Lampe an. Nein. So war das ursprünglich. Und da kam ich ja hier nicht durch. So. Das ist ja dann falsch. So. Nee. Das ist ja dann falsch. War. So. Ja. So. Der kommt noch hier hin. Und der käme dann dahin. Soll ich die rundung machen, komme ich da nicht vorbei. Wenn ich es aber so mache, wie da oben. Gut. Komme ich oben nicht vorbei, ne. Also es ist, äh. So. Das müsste. Ja. Das ist 2. 1, 2, 3. Warum sind es 3? Und der noch weg muss. Der muss weg. Der muss weg. Da muss einer hin. Und dann kann ich den Turm schon nicht mehr bauen. Äh. So. Naja. Mann. Ist aber auch so. Blöde, ey. Oh. Das ist jetzt richtig. Oder? Ja. Ja. Das ist richtig. Und hier an die Kante, da müsste unser Turm hin. Und ich hatte den so gebaut. Und da komme ich unten nicht durch. Also müsste ich den ein vorbauen. Hier so irgendwo hin. Warte. Das muss doch gehen. Mh. Ja. Ich hätte den. Den gern. Wenn ich den hier hin baue, ist er genau in der Mitte. Oder? Da hätte ich den gerne herangehabt. Wie das? Wie das? Wäre irre. Das geht. Okay. Warte. Das würde gehen? Nicht der Ernst. Durch die Mauer durch? Ich schwöre mich ja jetzt nicht, aber das ist doch schon seltsam. Na ja, gut. Ähm. Dann. Äh. Alles klar. Gut. Dann passt der nicht mehr. Aber wieso kann ich den denn in die Mauer reinsetzen? Und mal hier mit Tricks arbeiten. Oh. Ja. So. Ne. So ist es nicht richtig. Warte. Nochmal weg machen. Muss ich mir nur merken nachher, ne? So. Das weg. Okay. Gut. Dann habe ich hier ein Löchlein drin. Ähm. Okay. Aber jetzt kann ich den da hinpacken. Ja. War nicht. Dann habe ich nur später da hinten ein Loch drin. So. Dann käme der Turm dahin. Würde mir sowieso besser gefallen. Hier kommt man eh nicht durch. Äh. Ja. Gut. Dann komme ich halt. Oder? Komme ich hier durch. Kann ich den vielleicht noch hier irgendwo versenken? So quer? Ne. Kein länger? Ja. Das wird gehen. Aber. Das macht dann wiederum keinen Sinn, oder? Oder macht das Sinn? Hm. Dann habe ich da zwei und hier habe ich dann nur einen, oder? Auch zwei. Äh. Äh. Gut. Äh. So. Vielleicht. Jetzt lass mich das angucken. So. Der Turm wäre dann hier. Und. Den müsste ich dann ja auch hier nochmal runter setzen. Oder brauche ich den nicht runter setzen? Brauche ich gar nicht. Hier komme ich jetzt durch. Hier muss ja keine Rundung hin. Dann äh. Zwei. Ein zurück. Ein hier rüber. So. Ne. Äh. Kein Fall. Kein Fall. Das sind. Zwei. Ne. Das sind drei. Siehst du? Das war der Fehler. Ja. Das muss man nicht dann weg. Nein. So nicht. Okay. Das ist das Problem. Also bleibt uns oben nur, wenn wir den Turm so setzen. Bleibt uns nur, dass ich das hier weg mache. Aber. Na gut. Hier ist es bündig. Aber hier nicht. Warte. 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 Krieg das hier weg. So. Da müsste der weg. Und der müsste nochmal weg. Und der muss weg. Und jetzt. Na ja. Ich schau jetzt. Eine Mauer. Und ich kriege da nicht drauf. Oder. Doch schon. Wie geil ist das denn. Aber wie sieht das jetzt hier drin aus. Ha. Moment. Ich muss gucken. Wo sind die Türen. 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 Ähm. Auch hier. Eine Tür hin. Und geht das jetzt nicht. Kann ich die nicht darüber platzieren. Okay. Warte. Das weg. Gut. Damit es hier aussehen. Aber. Frage ist ja. Kriege ich hier eine Wendeltreppe hin. Oder brauche ich nämlich noch eine Wendeltreppe drin. Hm. nicht in die mitte hinweg den weg den weg so jetzt die wendeltreppe setzen die hierin muss die nicht hierin geht okay das war so muss doch gehen wendeltreppe geht keine wendeltreppe da geht es ja jetzt irgendwie außer der mitte gesetzt ist wie kann ich das machen ich könnte das ändern indem ich ja was kann ich denn hier einbauen hier nicht ständig runterfahren ja gar nicht also haben wir die normalen also ich kann das wohl dorthin bauen so wie es jetzt ist hier falle ich auch nicht runter gut da kann man so machen kriegieren nur keine wendeltreppe rin bedeutet vielleicht muss ich dann hier bei dem turm mit ja halt mit einer leiter arbeiten das ist nicht so doof dass das ist nicht so halbe mit zinnen gibt die praktisch mit zinnen drauf weil die geraden gibt es auch mit zinnen hier die und so das ist ein bisschen doof ok immer wieder raus die laden und rein von der optik müsste ich dann oben ja das so lassen wie es ist wo soll man jetzt also gut ich habe es glaube ich so ein bisschen erklärt konntet ihr mir folgen wenn ja das ganz nett ich bedanke mich fürs zuschauen wir sind es dann morgen gehabt euch gut und tschüss nein